Es ist Deutschlands größte regionale Wirtschaftsmesse, Treffpunkt für Geschäftsführer, Unternehmer und Entscheider aus der Metropolregion Hamburg, die sich hier heute auf der B2B Nord begegnen werden. Mit über 200 Ausstellern und über 70 Vorträgen in sieben Kompetenzforen findet die Messe bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr statt und hat auch wieder besondere Highlights zu bieten. Darunter zwei Weltrekordversuche unter der Leitung des Extreme Coaches und den Buchautors Joey Alexander sowie der Vortrag des Wacken Open-Air-Gründers Holger Hübner, der über die Historie des weltweit bekannten Festivals berichten wird. Auf geht's! Ich heiße Sie recht herzlich willkommen im Namen des Regenta Verlages. Der Vortrag des Ginks Ja, juhu! Zwischen Präsentationen, Vorträgen und Networking können sich die Unternehmer hier in der Relax Area auch eine kleine Auszeit gönnen. Genau das werde ich jetzt auch machen. Wir sehen uns 2014 wieder. Tschüss! Musik Musik Musik